Na, wie ist es? So, okay, wieder dieselbe Nachricht auf dem Handy. Wir haben die drei Handys auf jeden Fall geguckt. Ah, da läuft Rawman. Ah, okay, okay, ja, das ist mein Zwillingsbruder. Das ist mein Zwillingsbruder. Stell dir schöne Grüße, wenn du da bist. Der ist Lukas. Hallöchen. Nee, das ist mein 24-Stunden-VOD-Kanal. Ähm, den hab ich auch noch. Wo ist denn hier eigentlich mein... Wo ist denn mein Wassereimer eigentlich? Ich weiß gar nicht. Den müsst ihr ja noch mal suchen. Wo hab ich denn zuletzt geputzt? Hm. Da kann man den auffüllen. Oh, scheiße, da ist ja auch noch Blut dran. Muss ich mal ganz kurz den Schwamm nehmen. So. Dann ist das sauber. Wo hab ich denn den Wassereimer hin? Da ist mein Kercher. Den können wir schon mal wieder komplett einpacken. Oder hab ich den... Ach, da vorne ist er. Ah, okay, okay, okay. Ich seh ihn. Nee, stopp, stopp. Nimm doch mit. Nimm doch einfach mit das Ding. So. Okay. Hier steht er doch schon. Ja, nice. Ey, ich schon an Ort und Stelle. Ich such das Ding, steht direkt vor der Tür. Alles klar. So. Dann würde ich sagen, wird jetzt mal ordentlich geputzt hier. Nachher, wenn hier alles sauber ist, werden wir auch die Schränke natürlich durchsuchen. Ach, schön. Das Problem ist nur die Teppiche. Heißt das Teppiche? Teppiche. Die Teppiche, ähm, die kriegst du hier mit diesem Schrubber relativ schlecht sauber. Dann müssen wir nachher wahrscheinlich nochmal auf den Schwamm ausweichen. Und Teppiche kannst du auch komplett vergessen, wenn du jetzt irgendwie so, äh, einen Hochdruckreiniger nimmst. Das würde auch nicht so gut funktionieren bei Teppich. Alles schon ausprobiert. Alles getestet. Also es geht schon, aber es dauert halt viel, viel länger. Ich glaube, so einen Teppich machen wir direkt mit einem Schwamm. Mache ich auch immer, wenn eine Katze bei mir auf den Teppich kotzt. Ihr wisst ja, ich bin ja Katzen-Deadie. Ich habe ja zwölf. Zwölf Katzen. Ungefähr. Also es sind nur zwei, aber manchmal fühlen sie sich an wie zwölf. Und wenn die auf den Teppich kotzen, dann gehe ich auch mit dem Schwamm bei, ne? Alles schön rausbürsten und so weiter. Das wird mit Blut wahrscheinlich genauso gut funktionieren. Oder meinst du nicht? Lass uns testen. Guck mal, wie gut das geht hier. Nice. Oh, schön die Flecken alle weg. Toll. So, den Tisch gleich nochmal mitnehmen. Oh, als ob ich es schon mein ganzes Leben lang mache, ne? Ah, ich darf euch so die geheimen Tricks des Tatort-Reinigers, glaube ich, auch gar nicht so verraten. Nicht, dass die Mordrate hier steigt. Und der Twitch zu sieh an. Hallo mit Night, ein wunderschöner Löhchen. Ach, da läuft gerade Roman. Ah, okay, okay, okay. Nee, aber das ist halt nicht live, ne? Aber hast du mitgekriegt jetzt, glaube ich. Sehr gut. Aber schön, dass du hier gelandet bist. Das ist echt nett von dir. So. Da fehlt aber noch ein Stuhl. Das ist der hier. Der ist auch nochmal ein bisschen blutverschmiert. Dann nehmen wir mal hier den Schwamm. Alter, das mit den Schwämmen ist ja geil. Das hätte ich schon viel früher machen müssen oder sollen. Okay, erst mal sauber machen. Einmal zurückstellen. Die Mira kann dir ja Blut abnehmen und das dann auf den Teppich verteilen. Und du kommst dann vorbei zum Putzen oder meinst du für Selbstversuche? Gottes Willen. Lachschicht reißt dich zusammen. Hast du eigentlich die Discord-Nachricht gesehen, die ich dir geschickt habe? Ja, ich plane schon wieder was richtig Geiles, Leute. Nächsten Samstag wird es hier heiß hergehen. Mal sehen, wie alles mit dabei ist. Aber da habe ich wieder was ganz Tolles für euch vorbereitet. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich bin wirklich gespannt, wie es wird. Gucken wir mal. So, jetzt suchen wir hier die Schränke. Weil den Rest haben wir, glaube ich, schon. Soweit hier abgeschlossen in der Bude. Also, die sind aber wirklich geilesig hier in dem Level. Da findest du ja gar nichts mehr. Der Schrank geht nicht auf. Haben wir hier irgendwelche Wertsachen? Sieht auch erstmal nicht so aus auf den ersten Blick. Wasser nehmen wir gleich nochmal mit. Hier sind noch Schränke. Oh, 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 da ist die Kohle. Da ist sie doch. Ah, ich habe schon beantwortet. Ah, okay, okay, okay. Sehr gut, sehr gut. Ich kriege doch nichts mit, Plaschi. Tja, da ist auf jeden Fall nochmal ein bisschen Dreck überall. Hier nochmal reinschauen. Aha, sehr gut. 300 Dollar wieder gefunden. Nice. Kommt Larissa auch wieder? Nee, die ist in Australien leider noch. Deswegen, die werden wir, glaube ich, so schnell nicht wiedersehen. Hallöchen, Wondi, grüß dich. Moin, da hast du noch einen kleinen Tipp für das Real Life. Weichspüler und Schwamm nehmen. Und immer für Textilflecken. Ich habe zwei Kinder und meine Couch benötigt das Prozedere. Oft genug funktioniert einwandfrei. Weichspüler? Warum? Ja gut, kann ich mal ausprobieren. Aber warum eigentlich nicht? Das nächste Level wird toll. Hallo, Millie. Guten Morgen. Ey, aber nicht spoilern jetzt. Nur weil du jetzt mal weiter bist als ich hier. Das gibt es auch nicht. Bring mal ein bisschen Licht. Aha. Digga, das hätte ich ja gar nicht gesehen ohne Lampe. Ach, du Scheiße. Oh mein... Oh mein Gott. Das sieht man ja alles ohne Licht gar nicht. What? Okay. Ja gut, dass wir die Lampe mitgebracht haben. Dann stellen wir aber die zweite Funze auch nochmal auf. Und zwar hier hin. Ach du Scheiße. Oh mein... Oh, 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 oh. Gut. Deswegen haben wir unser Equipment hier dabei, dass wir das alles sehen können. Vielleicht dann doch mit dem Schrubber. Guck mal. Ah, es geht doch viel besser hier. Junge, Junge, Junge. Was ist denn hier passiert? Gestern Nacht ist meine Freundin explodiert. Ich habe nicht damit gerechnet. Plötzlich bin ich blutverschmiert. Wer könnte ahnen, dass sie so reagiert. Gestern Nacht ist meine Freundin explodiert. Ständig liest man in der Zeitung von spontanen Explosionen. Ja. Ist gut jetzt. Es ist ja gut jetzt. Beruhigt euch. So. Nochmal kurz ausfeuern. Hier, wo ist das Ding? Hast du die Taschenlampe schon? Ja, na klar. Mit F. F wie Funzel. F wie Funzel. Guck hier. F wie Funzel. Ich musste den Chat auch fragen. Ich habe es auch nicht gefunden. So. Sehr schön. Nice. Aber wir müssen gleich nochmal nach oben gucken. Ich glaube zwar, da war nichts mehr. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Hier ist noch was. Okay. Ja, das siehst du dann natürlich hier mit dem anderen Licht viel, viel besser. F wie Flashlight. Ja, Funzel, wir sind hier. Oh, scheiß. Oh, no. Oh, no. Wir sind hier immer noch in Hamburg, ja? In Hamburg gibt es nur Funzel hin. So. Ah, ja. Hier haben wir nochmal ein bisschen. Also man muss das natürlich jetzt nicht so penibel sauber machen, wie ich das mache. Ich glaube, wenn man so 90% grob hat, dann wird das Level automatisch auch abgeschlossen, weil man ja auch nicht jeden Fleck sieht. ein bisschen rumgucken kann ja nicht schaden. Oh, scheiße. Schon wieder ausgegangen hier, das Ding. Ein bisschen rumgucken kann ja nicht schaden. Ein bisschen rumgucken kann ja nicht schaden. Was haben wir hier hinter der Tür? Ein Badezimmer? Da waren wir, glaube ich, auch noch gar nicht drin. Ah, ja. Ja, mhm, 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 mhm. Ein Ring. Sehr schön. Ah, da kommen wir nicht rein. Im Klo haben wir eine Ratte runtergespült. Das ist nice. Hier ist aber auf den ersten Blick auch erstmal wieder gar nichts. Vielleicht irgendwo noch ein Secret. Eine kleine Klappe im Boden. Oder eine Luke im Dach. Ich hab hier schon alles erlebt in dem Spiel. Oh, da vorne ist noch eine Mikrowelle. Ist da was drinne? Haben wir auch schon was drin gefunden? Ah, gut. Okay, okay, okay. Nimm mal mit hier, bitte. Nicht auskippen hier drin. Bitte nicht auskippen. Bitte nicht auskippen. Dieb, das war mein Ring, sagt Zombie. Tja, da musst du deine Wertsachen wegschließen, wenn ich zu Besuch bin. Meine Freunde wissen das. Jetzt weißt du's auch. Neben dem Spiegel war noch Blut, oder? Neben dem Spiegel? Eisblume. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallöchen, Hallöchen. Schöner Name. Wie geht's dir? Hast du graue Haare? Oder warum heißt du Eisblume? Aber hier ist kein... Hier ist kein Blut. Nein. Nein, 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 nein. Oder weiße Haare? Weiße Haare? Gibt ja auch Leute, die... Machen sich die Haare weiß? Kann sein. Siri zum Beispiel. Siri vom Witcher. So, packen wir mal rüber das Equipment. Ah, ja. Da oben scheint aber noch was... Also das, Leute, das sieht mir sehr verdächtig aus. Wir gehen da nochmal hochgucken. Ich hab ja eine Leiter mit dabei. Da liegt doch ein Pizzastück oben auf dem Ding drauf. Kann nicht sein. Wir müssen ja doch irgendwie mal hochkommen. Ich stell mal die Leiter hin. Oh, Moment. Wo haben wir die? Ich hab die noch nie hingestellt. Das ist jetzt Premiere. Herzlich willkommen. Ich werde das erste Mal die Leiter verwenden. Wir stellen die Leiter auf den Tisch drauf, vielleicht. Das ist, glaube ich, vielleicht gar nicht so verkehrt. So. Okay, die scheint zu halten. Gut. Das funktioniert jetzt noch nicht. Nein, weil ich Eisblumen mag. Ich mag gerne... Das ist Eisgesang. Ach so. Oha. Geil. Ja, dann herzlich willkommen, Eisblume. Herzlich willkommen. Ich schmeiß das mal weg. So. Sehr schön. Und hallo, Luca. Einen wunderschönen guten Morgen. Natürlich auch für dich. Hallöchen. Da ist doch irgendwas. Siehst du das? Das ist ein Fugenetz. Nest. Irgendwas. Das ist garantiert ein Secret, Leute. Da hängt auch eine Kette. Ich hab sie genau gesehen. Scheiße, wie komm ich denn da hin jetzt? Wir müssen uns eine Konstruktion bauen. Wir nehmen den Tisch. Ah, okay. Leute, wir kriegen das hin. Aber da war auf jeden Fall eine Kette drin. Das ist ein sogenanntes Elsternest, glaube ich. Das ist, wenn wir die Treppe hier drauf stellen aufs Geländer. Das müsste auch funktionieren. Hoffentlich. Ja, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Das kriegen wir hin. Danke. Mir geht es so, lala. Aber danke der Nachfrage. Ja, das haben wir heute. Viele Leute im Chat. Heute ist Debris Handay. Heute ist Deprimierungssonntag. Heute geht es allen schlecht. Also vielen auf jeden Fall. Alle, denen es gut geht, mal bitte einen freundlichen Smiley in den Chat ballern. Damit wir die anderen mal wieder ein bisschen aufmuntern können hier. Okay, okay. Aber so kommen wir da zumindest mal ran. Wir dürfen jetzt nur nicht aus Versehen runterschmeißen. Plasche geht es gut. Pommes. Quatschio. Hasi auch. Hau. Nice. Ja, siehste. Oh. Warum kann ich das jetzt hier nicht nehmen? Nimm doch mit. Ich bin doch direkt da. Ich bin doch direkt. Ich kann es nicht nehmen, Leute. Ei, 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 ei. Nicht runterfahren. Nicht runterfahren. Wie kommen wir denn da hoch, Alter? Zum Greifen nah alles. Aber wir kommen einfach nicht hoch. Tja. Von der anderen Seite. Wahrscheinlich auch nicht. Wir kriegen das irgendwie leicht hin. Mal gucken. Vielleicht da nochmal einen Stuhl drauf oder einen Tisch. Okay, pass auf. Dann machen wir es so. Wir machen erstmal hier. Da fliegt ein Vogel. Hast du das gesehen? Matt, Hallöchen. Ich mache einen Tisch und da machen wir die Leiter drauf. Das muss doch möglich sein. Vielen, vielen Dank, Matt. Wie geht es dir? Hi. Ich hoffe, du hattest wirklich eine angenehme Nacht. Meine, war so. Ich habe das vorhin schon erzählt. Ich weiß nicht, ob du da schon da warst. Bestimmt. Ähm. Vielen, vielen Dank für den Resub. Du fällst da noch runter. Ach, Quatsch. Guck mal. Ich finde, das sieht wie eine valide und solide Konstruktion aus. Wer glaubt, dass ich da runterfalle. So. Meine Güte. Das wäre aber auch wirklich eine Geburt. Mitnehmen. Sogar das Ei ist hier alles ein bisschen verbuggt, weil niemand damit gerechnet hätte, dass ich hier hochkomme. Und ich kann den Ring nicht aufheben. Oh no. Und hier ist eine unsichtbare Wand auch noch. Warum ist das eine unsichtbare Wand? Wahrscheinlich muss man das Zeug irgendwie anders runterholen. Hä? Habe ich schon gehört. Ähm. Hoffentlich geht es trotzdem gut. Ja klar. Natürlich. Mir geht es super. Dankeschön, Matt. Hier ist eine unsichtbare Wand. Da komme ich so nicht. Also ich kann da drüber springen über die unsichtbare Wand, aber ich komme nicht an den Ring dran. Hm. Wer weiß, wie man an den Ring kommt? Muss ich irgendwie den Vogel bestechen mit Essen oder so? Kannst du mit Kerl runterschießen? Ja, das sagst du jedes Mal. Ich glaube, das funktioniert nie. Das hat noch nie funktioniert. Ich glaube auch nicht, dass es klappt. Ich sag mal nein. Ich sag einfach mal nein. Ich sag einfach mal nein. Wir können versuchen, das Nest kaputt zu kloppen vielleicht. Nee. Nee, 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 nee. So, jetzt bin ich auf der unsichtbaren Mauer drauf, glaube ich. Ah. Ein unerreichbarer Ring. Zumindest haben wir die Kette gefunden. Hey. Wer weiß jetzt, wie man da rankommt? Keiner, oder? Ich glaube, keiner weiß Bescheid. Na gut. So. Dann mal wieder einen kassieren. Und das Ding machen wir natürlich kaputt, wie immer. Gut. Kercher und er nimmt eine Axt. Ja, mein Kercher liegt da hinten. Guck mal, da ist der Kercher. Ich lauf doch jetzt hier. Ich krieg doch kein Kilometergeld, Mensch. Ich hab das nicht mal gesehen. Ja, ich hab das nur gesehen, weil da so ein Pizzastück oben drüber hing. Also das hier. Da muss ich mal nachgucken gehen, weißt du? Also ich ja. Na klar. Also, weißt du auch nicht. Schade eigentlich. Dann gehen wir jetzt in den dritten und vorletzten Bereich. Das ist der letzte Bereich hier. Ja, ist ein bisschen größer hier, die Map. Kann ich gar nicht. Kann ich das gar nicht kaputt machen? Okay. Dann. Machen wir jetzt mit der Axt kaputt. So, wie sich das gehört. Flashlight an. Hier ist aber nichts mehr. Oder? Oder hab ich vielleicht eine geheime Stelle gerade entdeckt? Hab ich vielleicht gerade eine ultra-geheime Stelle entdeckt? Oha. Wer war denn hier schon mal von euch? Will you marry me? Will you marry me? Nice. Ich glaub, er fragt irgendjemanden, ob sie zusammen Kuchen backen wollen. Oder? Kann das sein? An meine liebste Anne. Von dem Moment an, als ich dich sah, ist mein Herz eine tickende Zeitbombe gewesen, die auf eine unvermeidliche Explosion der Liebe herunter zählt. Ich kann die intensiven Gefühle, die durch mich strömen, kaum zurückhalten. Jedes Mal, wenn ich dein Lächeln sehe, ist es, als ob es einen Funken gibt, der einen Feuersturm in mir entzündet. Deine Anwesenheit ist, wie Dynamit kraftvoll und versinnend, wie ich meine Welt auf schönste Weise auf den Kopf zu stellen. Von dir getrennt zu sein, fühlt sich an wie das Entschärfen einer Bombe ohne Anleitung. Es ist unerträglich und nervenaufreibend. Ich sehne mich nach deiner Berührung, deinem Lachen, deinem Alles. Und wenn wir zusammen sind, dann fühle ich einen Rausch, der mächtiger als jede Explosion ist. Also, hier bin ich und ich gestehe dir, meine Liebe, dein aufrichtiger Thomas. Thomas? Thomas, was tust du es? Hast du den Brief geschrieben, Thomas? Hast du den geschrieben? Ich bin mir nicht so sicher. Oh, guck mal, Kassette. Hast du das geschrieben, Thomas? Wer ist Thomas? Thomas weiß genau, wer Thomas ist. Oh, Koks, geil. Thomas hat Koks versteckt. Für uns. Da haben wir Thomas zum Beispiel. Das ist nicht der einzige Thomas. Wir haben hier ganz schön viele Thomasse. Wir haben hier ganz schön viele Thomasse im Chat. Also, ich kenne in meinem privaten Leben bestimmt schon sieben Thomasse oder sowas. Also, Thomas ist genau unsere Boomer-Generation, Leute. Also, bei uns hieß jeder Zweite Thomas. Ich bin froh, dass ich ein Lars geworden bin und kein Thomas. Fan-Thomas gibt es natürlich auch. So, wer heißt Thomas? Alle meine Eins in den Chat. Thomas May. Ak-AK-Thomas. Es sind ja schon zwei Thomasse hier, die Thomas heizen. Es gibt bestimmt noch viel mehr Thomasse. Die sich hinter Namen verstecken wie kleine Füchsin 97 oder was weiß ich was. So. Okay, hier scheint, glaube ich, nichts mehr zu sein. Ich mache mal Radio aus. Oder haben wir hier noch irgendwo irgendwas, was wir wegsnacken können? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Kailin heißt auch Thomas. Selbstverständlich. Kailin heißt Thomas. Hasi heißt Bernd. Tja, frag mich nicht warum. Ist so. Klein und haarig sind die beiden. So. Lass uns mal hier durch den Zaun laufen. Ich nehme hier dieses ultra klare Wasser, nehme ich mal mit und kippe das mal weg hier, die Scheiße. Wir machen einmal hier frischen Aufguss. Mh, lecker. Klaus-Dieter B., bitte. Oh, okay, okay. Wir nehmen mal wieder hier den, äh, das Spülmittel. Aber diesmal nehmen wir das Spülmittel, dass unsere Werkzeuge nicht so schnell dreckig werden. Dann müssen wir die nämlich nicht so oft auswaschen. Das ist auch ziemlich cool. Äh, wir dürfen jetzt nur nicht das Ding fallen lassen. So, wie kommen wir hier rein? Vorsicht Baum, da musst du wirklich aufpassen. Wenn das umschwubbelt und schwabbelt, dann ist er aber, dann ist er aber kaputt. Oh, hier ist ja noch ein Dude, Leute. Den habe ich ja schon ganz vergessen. So, wir nehmen mal die Lampe mit. Oh, nee. Habe ich die da alle? Kann ich die nicht hier irgendwie zurückporten? Geht nicht. Oh, shit. Oh, shit. Aber hier draußen war eine Baulampe. Die können wir auf jeden Fall schon mal mitnehmen. Und dann gibt es auch zwei Etagen. Da müssen wir auch nochmal reinschauen. Mh, mh, mh. Mh, ja, wir gehen nochmal, ich hole nochmal meine, meine Blutlampe. Die ist sehr, sehr schön, die Blutlampe. Ach, springen wir da hoch. Mehr wenig. Wir holen mal die Blutfunze. Wie heißt die UV-Lampe? Ich weiß auch nicht, ob das so funktioniert. Ob man unter einer UV-Lampe Sperma und Blut sieht. Ich glaube, da muss man erst vorher noch irgendwas draufsprühen, oder? Irgend so ein Mittelchen. Zum Beispiel. Weiß ich nicht, was kommt da drauf? Puder? Ich weiß es nicht. Muss ja einmal leer. Meinst du, nein? Da steht er noch. Guck mal. Luminol. Und was ist das? Ist das irgendwie so eine Gummisorte, oder was? Was ist denn Luminol? Oh, scheiße. Ich bin ja kaputt gegangen. Da ist der Eimer. Schwierig, schwierig. Ich mach's mal hier hin. Okay, okay. Also man muss das natürlich nicht machen mit dem Licht. Aber ist natürlich ein bisschen übersichtlicher. Gut, das hat nicht funktioniert. Ich trag mal die Leiche weg. Es ist übrigens die fünfte Leiche. Das heißt vier... Oh ne, ich hab einen Pool gesehen, Leute. Oh no. Das wird aber gleich nochmal eine Poolreinigung hier erfordern, glaube ich. Schwarzlicht mit Luminol. Mhm, 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 mhm. Die Nachkommenschaft sieht man im Blacklight. Hast du das schon ausprobiert, oder was, Muppi? Was hast du sonst noch für Hobbys? Was? Ja, ich hab mir eine Schwarzlichtlampe gekauft. Ich wollte mal gucken, ob man meinen Sperma unter der Bettdecke sieht. Okay, 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 okay. Bei Muppi im Schrank leuchten alle Socken weiß. Unter Schwarzlicht. Niemand weiß warum. Nur Muppi weiß Bescheid. Lass uns hier mal ganz kurz... So. Ein bisschen Wasser aufnehmen. Oh, schön alles wegmachen. Hier nochmal was rein. Ja, jetzt ist es aber trotzdem schon blutig. Also, es ist jetzt auch kein Wundermittel. Das Zeug, was wir da reingekippt haben in den Eimer. Aber naja. Ich glaube, dann ist das hier auch fertig, oder? Beweise müssen wir noch einsammeln. Wische das ganze Blut auf. Okay, haben wir hier noch irgendwas versteckt? Hier gibt es ja bestimmt noch Secrets. Guck mal. Wenn ich Entwickler wäre, ich würde hier unter den ganzen Kartons irgendwas verstecken. So, lass uns mal hier ein bisschen umgucken. Aha, da ist doch schon was. Guck dir das mal an. Hast du gesehen? Es ist ein Spray. Aber da muss noch mehr sein. Ein Farbeimer sehe ich auch. Aha, was ist das? Mhm. Eine Kiste mit Geld und Gras. Alles klar, nehmen wir alles mit, Leute. Ja, ich muss sowieso mal meine Wiese nochmal ein bisschen... Oh, hier ist auch noch. Nee, da ist nichts mehr. So räumt Lassi auf. Aber nur bei fremden Leuten. Ja, was denkst du denn? Na, wir scannen hier nochmal. Da ist doch noch Blut hier, Leute. Guck mal. Äh, so. Hier ist doch bestimmt noch irgendwas. Oh, hier ist noch ein Beweis. Haha, guys, wir sind so drunk right now. Perfect time for a podcast. So freaking, freaking frickily drunk. You can't really work while sober. You're so smart, dude. I love you, bro. Oh. Tommy, Tommy, what happened? I'm coming for you. Never in a million years I would have guessed, what happened here. Es ist schon wirklich sehr merkwürdig. Ich glaube, echt, die sind alle. Einer ist natürlich ein Todes gestorben, oder? Es gab halt einfach einen Riesenunfall. Übrigens, warum sind wir hier an dieser Stelle? Ähm, uns hat die Tochter... Oh, hier ist Kohle auf dem Pokertisch. Uns hat die Tochter angeschrieben, eine E-Mail geschrieben. Von, also die Tochter von dem Mafiosi, für den wir arbeiten. Das heißt, wenn wir die Tochter, ähm, enttäuschen, enttäuschen wir auch unseren Hauptauftraggeber. Und der wird uns wahrscheinlich umbringen. So wie unseren besten Kumpel. Ist eine lange Geschichte. Guck dir die anderen Folgen an auf YouTube. Ausrufezeichen YouTube. Alles ist hochgeladen. Kannst du komplett durchziehen. Ähm. Tja. Ah, und da gab es wohl den einen oder anderen Unfall hier tatsächlich. Ah ja, mit der Schraubzwinge wahrscheinlich. Ist er runtergefallen und dann hat er sich das Genick gebrochen. Weiß gar nicht, kommen wir da hoch? Ah, wir müssen wieder von außen rein. Ach du, ahnst es nicht. Was ist das denn? Hast du das gesehen? Oha. Oh no, oh no. Oh no. Ich mach mal die Lampe da hoch. So. Ach du. Uff. Ja, wie kommen wir denn da mit dem Putzeimer hoch? Gar nicht. Wir probieren es mal. Ich werde alle Werkzeuge putzen, bevor wir da hochgehen. Den Kärcher, den können wir auf jeden Fall hochwerfen. Das geht auch. Ich hoffe, wir kommen da hoch. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Bro. Zweiter Versuch. Zweiter Versuch. Besser. Wir haben natürlich noch eine kleine Leiter. Aber die wird uns hier wahrscheinlich nicht helfen. Aber wie sind wir denn da vorhin reingekommen? Waren wir da vorhin nicht auch oben? Ich glaub, da oben waren wir noch gar nicht. Hm. Hm, 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 hm. Oh, hier sind wieder Müheergebnis. Was das bedeutet? Da ist bestimmt wieder was versteckt. Ah, eine Vase für 50 Flocken. Ach stimmt, übers Baumhaus sind wir hochgekommen. Genau. Ja, 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 ja. Eine Sekunde. Hier leidet wahrscheinlich gleich genau dasselbe Schicksal. Wie der Bauarbeiter. Okay, das haben wir geschafft. Tja, das Wasser kriegen wir hier so wahrscheinlich nicht hoch. Oh, hier ist noch eine Leiche. Lass uns die noch mal kurz runterwerfen. Kein Blut. Oh, das ist schön. So, wir probieren das mit dem Kerl hier aus. Ich mach hier mal die Funzel an. Um Gottes Willen. Okay, los geht's. Oh, ha. Also, ich bin da sehr, sehr pessimistisch. Ich glaub nicht, dass das Wasser reichen wird für alles. Aber hey, wir geben nicht auf. So, hier noch mal ein bisschen. Oh, der Fußbrunnen ist natürlich... Da können wir nachher auch mit Mobs lang gehen. Ich probier hier noch mal ein bisschen was zu machen. Sehr gut. Einmal drehen. Hier ist auch noch sehr viel Blut dran, Leute. Okay, das sieht aber schön aus. Perfekt. Hier auch. Und jetzt ist er... Ist er schon leer? Ne, ein bisschen haben wir noch. Ein bisschen Saft ist noch da. Wir nehmen natürlich alles, was möglich ist. Wir machen den Kanister komplett leer. Oh, scheiße, hier ist ja auch noch. Jetzt ist er leer. Puh. Jetzt ist er leer. Also, dann nehmen wir mal hier unseren Schwamm, der hoffentlich noch relativ viel Aufnahmekapazitäten hat, was Blut anbelangt. Ja, er ist schon voll. Scheißendreck. Ein bisschen geht noch, oder? Ne. Jetzt ist er wirklich voll. Dann haben wir noch zwei Schwämme. Die wir aber, glaube ich, auch schon sehr lange nicht ausgespült haben. Ei, 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 ei. Meinst du, wir kriegen das hin damit? Ich glaube, wir müssen noch mal runter. Ach, guck mal, da unten ist ein Wasseranschluss. Den habe ich ja gar nicht gesehen. So, das ist Schwamm Nummer eins. Oh, nice. We did it. Es hat gerade so gereicht alles. Geil. Ja, cool. Äh, ich bin eine Sie, aber mit Blacklight kannst du auch im Hotel prüfen. Hotel-WCs. Okay. Okay. Hast du schon mal heimlich, Muppi? Im Hotel ein Gästeklo? Oder du meinst bei dir im Zimmer, oder wie? Ach so. Ich dachte, du bist heimlich hier irgendwie beim Frühstück, da auf der öffentlichen Toilette im Hotel. Unten in der Lobby. Muppi. Also wirklich. Du meinst, wenn du ein frisches Zimmer beziehst, willst du gucken, ob das sauber ist. Das meinst du, oder? Ah, okay, 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 okay. Oder arbeitest du im Housekeeping und bist doch eine Hardcore-Kontrolleurin? Ah, das alles ist möglich. Glaub ich, hier haben wir auch alles. Die Leiche müssen wir nochmal wegnehmen. Aber das mit dem Wasseranschluss unten irritiert mich. Den habe ich ja gar nicht gesehen vorhin. Ach, hier. Öffentliche Toiletten leuchten heller als jedes Atomkraftwerk, sagt Thomas. Ist hier noch was versteckt? Ah ja, guck mal. What? Ja, das könnte auch Bailey sein. Ich bin nicht sicher. Okay, dann haben wir hier alles erstmal. Wir werden unsere ganzen... Wo ist denn jetzt mein Wassereimer eigentlich? Ich mache das mal wieder voll. So. Kannst du gucken, ob alles sauber ist. Ähm, nee, ich bin Chemikerin und Tatortreiniger. Ja, Tatortreiniger bin ich auch. Da haben wir schon mal was gemeinsam. Ist aber auch ein tolles Spiel, oder? So, dann nehmen wir die Lampe nochmal mit. Ich glaube, wir haben irgendwas übersehen. Diese Baustelle ist hier so unübersichtlich. Hm. Und hier ist der Wassereimer, genau. Ich spüre mal alles aus schon mal. Auch beide Schwämme, dass wir, falls noch ein Einsatz kommt, wir sauberes Material haben, ne? Einen zweiten Schwamm auch. Sehr schön. Dann nehmen wir mit hier das Ding. Hast du schon durchgespielt eigentlich, Muppi? Oh, scheiße. Die Leiche liegt ja noch da. Ja, die müssen wir auch nochmal abholen. Ich gehe schon mal Richtung Pool. Tatsächlich. Okay, das hat ja super funktioniert. Oh, scheiße. Oh, shit. Oha. Oh, oh mein Gott. Okay. Ich dachte, wir haben die größte Arbeit geschafft. Aber ich glaube, das liegt alles noch vor uns. Ja, dann. Das brauchen wir. Wir brauchen unseren Kärcher. Habe ich ihn eigentlich angesteckt? Ne, der ist hier, genau. Aber nice, der Musik am Start, oder wie? Ich höre nochmal kurz die Leiche ab. Die liegen nämlich hier. Okay, keine Blutflecken, oder? Ne, sieht gut aus. Das sieht ja alles gut aus. Nein, aber ich arbeite dran. Welche Mission bist du da? Also, wenn du... Also, bist du weiter als ich? Oder genauso weit? Chemikerin. Ich kannte auch mal Chemiker. Der hat sich selbstständig gemacht dann irgendwann. Der war Chemielehrer. Also, in der Highschool. Und sein Traum war, sich einen eigenen Wohnwagen zu kaufen. Und dann hat er irgendwann auch seinen Job tatsächlich gekündigt. An der Uni. Oder Highschool. Oder wo auch immer der Chemie unterrichtet hat. Der alte Chemiker. Und hat dann Crystal Mess hergestellt. Der hieß... Er hat sich Heisenberg genannt. Tatsächlich. Kennst du den? Ach, ich bin weiter. Ah, okay, okay, okay. So. Der hat eine eigene Doku auf Netflix bekommen. Chemie. Nicht Chemie. Da geht schon wieder los. Mal kein Hammer, mal Mann. Da versuchen hier die Leute dem Streamer Deutsch beizubringen. Ihr wisst ganz genau, das Hopfen und Malz ist doch da verloren, Mensch. Ich packe hier die Bretter auch ein. Direkt in die Mülltonne. Ja, und dann lebt ihr in der Wüste. Hab ich schon mal gesehen. Ja, genau. Genau, genau, genau. Ja, guter Freund von mir. Alter Bekannter. So. Er hat auch einen ziemlich netten Anwalt. Okay. Lass uns weitermachen. Ihnen stört die Musik? Sollen wir die ausmachen? Nee, ne? Pass auf. Wir sammeln erstmal die gleiche ein. Was ist mit ihm denn passiert? Ach, stimmt. Ja, ich erinnere mich wieder. Es war ja so, dass die Tochter des Mafiosis hier tatsächlich neue Designer-Drogen ausprobiert hat. Und dann sind die ja alle durchgedreht. Genau, deswegen sind die alle tot. Deswegen. Guten Morgen, Sammexer. Hi, Sam. Wie geht's? Der hat den Namen nur geklaut. Ja, ich weiß, der hat den Namen nur geklaut. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. So. Okay. Dann würde ich sagen, Kärchern war mal wieder eine Runde. Zum Glück ist schon das meiste hier runtergelaufen. Gut und selbst. Ey, prächtig, prächtig. Wir sind natürlich hier wieder am Putzen. Als gäbe es kein Morgen. Und, äh, ja geil. Also schöne Mission auf jeden Fall hier. Macht wirklich Spaß. Erinnert mich so ein bisschen an eine Jugendherberge. Ja, warte mal. Wo wir gerade sind. Ja, Jugendliche, ne? Haben sich wieder mit irgendwelchen unbekannten Drogen aus dem Leben geschossen. Und sind dann alle durchgedreht. Haben sich gegenseitig umgebracht. Ja, so das Übliche, ne? Ein ganz normaler Tag als Start-Out-Reiniger hier. Also irgendwie nichts Besonderes. Und bei dir? Garfield! Ich habe leider keine Lasagne da. Aber vielen, vielen Dank für den, für den Follow trotzdem. Da muss der Dank halt, äh, verbal genügen. Herzlich willkommen. Wie geht's dir, Garfield? Miau! Okay, jetzt drehen sie wirklich alle durch, ja? Oh mein Gott, ist wel. So. Guten Morgen, Drachenlänzchen. Hi! Ja, das Wasser im Kercher ist leer. Wir versuchen das jetzt mal auf diese Art hier kurz mal zu reinigen. Wahrscheinlich ist hier eh noch alles voll. Ja, das habe ich mir gedacht, ne? Ei, 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 ei. Aber auch schon wieder fast voll hier das Ding. Lass uns nochmal scannen. Das geht eigentlich, das sieht voll gut aus. Haben sie ja gleich. Da ist noch was an der Stange. Okay. Nochmal scannen. Einmal noch. Hier ist noch ein Ticken. Aber ist okay. Ich würde sagen, der Pool ist soweit erstmal sauber. Ich schmeiß das mal hoch. Diesmal hat's funktioniert, Leute. Nice. Das legen wir auch mal hoch. Ich nutze den Kercher so selten. Ich habe den halt voll geupgradet. Dann geht das echt klar. Also wenn der voll ausgebaut ist, dann ist der gar nicht mal so schlecht. Oh, hier ist irgendwas gelbes, Leute. Ich hoffe wirklich, es ist Bier. Oh, scheiße. Jede Menge Müll. Das müssen wir alles einsammeln. So. Das ist hoffentlich wirklich nur Rotwein diesmal. Alter, tausend Kippen. Okay. Okay. Schmeiß mal weg hier den Fall Bag. So. Alles weggeschmissen. Nice. Das kassieren wir einmal ein. Den Stuhl müssen wir hinstellen. Zumindest ist es hier nicht ganz so... Oh, Kohle. Hat einer liegen gelassen. Nice. Zumindest ist es hier nicht ganz so blutig. Eher weinig. Ein bisschen weinig. So. Flasche hinstellen. Ich glaube, das Ding müssen wir auch nochmal ausrichten. Genau. Genau. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh. Move like this. Was? Warum denn nicht? Warum können wir das nicht move'n? Wahrscheinlich werden wir da im Weg stehen. So geht's. Perfekt. Das Gelaufe in der Mission finde ich nervig. Aber der Weg wird gefühlt immer länger... Ja, ich hab... Pass mal auf. Ich hab ja... Ich hab da hinten angefangen. Und arbeite mich nach vorne. Das heißt, für mich wird der Weg immer kürzer. Ja, man muss nur wissen, wie man es angeht, ne? Wenn die Motivation hoch ist, lange Wege und dann immer, immer kürzer werden. Scheint auf jeden Fall gut zu funktionieren. Ganz gut. Alter, ganz gut. Ja, das ist aber nice. Ich dachte, heute ist die Prisontag. Schön, dass dir gut geht. Nehmt euch alle ein Beispiel da dran. Euch geht's jetzt gefährlichst allen gut. Hast du gehört? Da gibt's auch Lasagne. Oh, da ist noch ein Stuhl. Oh no. Da können wir nicht rein. Da müssen wir einmal... So. Oh, scheiße. Das war jetzt aber weit. Wo ist der hingeflogen? Hallo? Haben Sie einen Stuhl gesehen zufällig? Um Gottes Willen. Der muss hier noch hin, oder? Da liegt noch ein Stuhl. Aber wo der hinkommt, ey. Keine Ahnung. Wahrscheinlich hier irgendwo hin. Machen wir später. Dann möpseln wir hier mal weiter rum. Aber guck mal, es ist doch kein Erbrochenes. Es scheint wirklich Bier zu sein. Es läuft hier aus diesem Fass raus, vermutlich. Hier habe ich auch angefangen, aber hat übel gedauert. Ach, naja. Ich sag mal, der Weg ist das Ziel, ne? Hier werden die Fässer alle gelagert. Oh, das ist natürlich jetzt doof. Aber wir haben sehr viele Fässer. Wir haben sehr, sehr viele Fässer. Jetzt weiß ich, was du meinst mit Gelaufe. Oh, scheiße. Das war's kaputt gegangen. Tja. Da müssen wir das nochmal einkassieren. Zack. Diese verdammten Flaschen. Ich glaube, hier hinten. Guck mal, hier ist noch ein Fass. Irgendwo habe ich noch eins gesehen. Eieiei, ich weiß aber nicht mehr wo. Müssen wir gleich mal schauen. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal sauber. Und damit ist das Sonnendeck auf jeden Fall schon mal geschrubbt, ne? Das ist ja schon mal... Oh. Also fast. Also hier in der Richtung auf jeden Fall. Fast. Oh, Gottes Willen. Es ist ja noch alles voll blutig hier. Hier so ein bisschen Kotze. Oder Bier. Oder was auch immer. Aha. Poolzeug. Das machen wir da alles mal rein schön. Und dann lassen wir Wasser rein. Hier kannst du Wasser einlassen. Weiß gar nicht, ob da überhaupt Wasser rein muss. Aber ich mach das natürlich trotzdem. So. Die zweite Poolmission schon. Wirklich sehr schön. Werde den Müll los. Platziere die Möbel. Wische das Blut auf. Entsorge die Müllsäcke. Das machen wir alles noch, Leute. Leichen haben wir auch noch ein paar da. Kriegen wir alles hin. Und hier das Pizzastück. Das will nicht. Das lassen wir dann einfach da. Und ansonsten ist hier aber auch nichts mehr drin. Ich dachte, vielleicht ist da noch ein bisschen Geld versteckt oder so. Zwei Fässer fehlen noch. Ja, gar kein Problem. Das kriegen wir doch hin. Ein Fass habe ich irgendwo... Warte, mach ich mal hier den Müll schon mal mit, wenn wir schon mal dabei sind. Ein Fass habe ich irgendwo hier noch gesehen. Eins ist explodiert, aber ich glaube, das war ein Gasfass. Die, ich glaube, nächste Mission war mein Favorit. Also die oder die nächste Mission. Welche denn? Welche denn? Die oder die nächste? Ich muss mir gleich mal einen schönen leckeren Kaffee holen, Leute. Habt ihr auch Bock? Die nächste? Irgendwer hat auch schon... Wer war das hier nochmal? Wer hat hier gerade ges... Millie war das, glaube ich. Die hat auch gesagt, die nächste Mission ist übel geil. Ey, aber nicht spoilern jetzt. Fahne! Fahne, Fahne. Junge, manchmal dichte ich halt Buchstaben dazu. Das ist halt ab und zu so. Fahne, vielen, vielen Dank für den Sub im zweiten Monat mit Prime. Dankeschön. Also das ist immer... Das bedeutet mir immer sehr viel. Die zwei- und dreimonatigen, das sind immer mir die allerliebsten. Bei den einmonatigen, da weiß man immer nicht. Ja, lassen sich die Leute so mitreißen. Eigentlich haben die gar keinen Bock zu subben, aber es ist so Gruppenzwang und so. Aber beim zweiten Monat... Wenn man dann noch hier ist und immer noch nicht weggelaufen ist, ja, dann ist man halt selber schuld. Was soll ich sagen dazu? Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Freut mich. So, ich habe hier noch ein Pizzastück gefunden. Das ballern wir dann nochmal rein. Und jetzt fehlt uns aber noch ein Fessele. Wie man so sagt, ein Schwabenländle. Ja. Steck mal ein hier, das Ding. Wie kann ich denn das einstecken? Oh. Okay, so auf jeden Fall nicht. Interagiere, drehen, wirf, lass los. Ich will das mitnehmen eigentlich. Eigentlich will ich das einfach nur... Einfach nur mitnehmen. Hm. Achso, I gedrückt halten. Alles klar. Da war ein Fass. Wo war ein Fass? Fiete, wo hast du denn hier ein Fass gesehen? Da werde ich gleich ganz nervös. Wo denn? Wo hast denn du hier... Ach, da ist ein Fass. Ja, sicher. Oh. Sehr gut. Ich habe ehrlich gesagt gerade schon wieder vergessen auf dem Weg, was wir eigentlich suchen. Es war ein Fass. Es war ein Fass. Ei, 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 Patricks. Im Fünften schon. Ja, das ist dann natürlich... Also dann bist du komplett in der Abo-Falle versackt. Meine Güte. Vielen, vielen Dank. Fass bei Dreirad. Ja, ich bin auch nur wegen dem Gruppenzwang hier. Das habe ich mir schon fast gedacht. Tja, was machen wir jetzt? So. Ich glaube, hier wird noch irgendwo ein Fass drin sein. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, ne? Dankeschön, Leute. Ei, 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 ei. Hier sind ja fast mehr Subs als Follows heute. Was ist denn hier los? Dankeschön. Okay. Lass uns hier mal reinschauen. Hier, also hier. Wenn hier kein Fass ist, dann weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich ist das Fass oben. Wir müssen hochlaufen. Lass uns nochmal hochlaufen. Hier kommen wir ja hoch. So. Also ich hätte es oben versteckt auf jeden Fall. Aber hier ist auch nichts. Auch kein Fass. Das kannst du mir nicht erzählen. Hier ist auf jeden Fall sehr viel Müll noch. Aber das ist nicht unser Business. Wir sind hier nicht der Müllmann. Wahrscheinlich ist dann das letzte Fass. Ich glaube, es fehlt auch nur noch eins oder vielleicht auch zwei. Ähm. Hier vielleicht noch? Ne. Wahrscheinlich im Haus vorne, ne? Im Partyhaus. Ansonsten habe ich hier hinten auch noch ein Versteck gefunden, Leute. Ich weiß aber nicht, ob da ein Fass drin war. Ich glaube eher nicht, oder? Ne. Hm, 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 hm. Hallo, Kura. Guten Morgen. Juuuut. Hast du das gehört? Was war das? Pool sieht soweit sehr, sehr schön und toll eingerichtet aus. Sehr gute Arbeit. Dann gucken wir doch mal hier rein. Da ist ein Fass. Da ist es doch. Ich glaube, es ist das vorletzte. Oder vielleicht wie noch zwei. Wer kommt da noch eins hin? Weiß ich nicht. Wir halten die Augen offen. Auf jeden Fall müssen wir hier eine Menge Müll einsammeln, Leute. So. Alles markieren. Ein bisschen gelevelt habe ich schon, aber so viel passt trotzdem noch nicht rein, leider. Müssen auch aufpassen, dass die Müllbeutel nicht in den Pool fliegen. Sonst müssen wir das Wasser wieder ablassen. Wir können leider nicht schwimmen oder tauchen oder so. Das ist halt auch maximal blöde. Deswegen lieber so in die Richtung. Oh, sag nicht, die Flasche ist gerade kaputt gegangen noch. Oh no. So. Genau. Okay. Wir können auch mehrere Müllsäcke gleichzeitig tragen. Das ist gar nicht so schlimm, dass wir hier... Ich kann auch andere Musiker machen, Leute. Ihr müsst nur Bescheid sagen. Das ist so die Mucke, die läuft hier im Club. Okay.